Okay, das Haus hier können wir noch rein. Ach Gott, ich weiß, es geht ja noch so weit weiter. Erstmal hier vorne. Ich muss hier halt auch irgendwas beruhigendes. Es geht nicht auf. Ach, das geht auf. Ne, große haben wir nicht. Da, da, auch nicht. So, zack. Und dann noch dieser Schrank hier und das ist irgendwie so was auch fertig. Ähm, Giftfingerluftkrieger, gut. Okay. Über, nein, falsch. Ah, nein, das ist unseres. So. Gut. Ich glaube, das ist wieder zweistöckig. Doch nicht. Aber es ist auch so groß genug. Konzentration. Heilung. Ist ein bisschen schlichter. Komm. In die Kommentie können wir auch schon ganz schön viel machen. Tränke rüber, Gold rüber. Jo. Mal sehen. Erdkönigs. Erdkönigs. Ne. 421. Die sind schon Klasse 2. Ok, wieso hab ich die eigentlich? Was ist das? Ui, cool Schlechter Schlechter Was sie jetzt machen ist Speichern Ich hab nämlich keinen Bock das alles nochmal zu lupen So Das auch noch Und was machen wir danach? Erstmal zu nem Händler gehen und schön einkaufen Das hat siebenhundert, das hat zweitausenddreihundert Ich glaub man kann sich denken welches Schwert besser ist Vielleicht haben die Orks ja auch gar nichts gemacht Sondern der Bürgermeister ist amok gelaufen Weil er seine Medizin nicht bekommen hat Und die Bürger Die sind, also ne Die Orks sind halt dann danach gekommen Und Konnten nix mehr machen Halt Das ist alles möglich Obwohl ich nur mal so gesagt hab Auf einmal Das geht nicht Ja So Er ist abgeschlossen Spinnernattacke Spinnernattacke Ich werde nicht Spinnernattacke Spinnernastbeikt Spinnernattacke Spinnernattit Spinnernatt Spinnernatt Jetzt hat dieser Hanisch echt nichts mehr zu sagen, ja. Wo soll er finden für den noch eine Verbesserung? Ist ja natürlich auch cool mit den beiden Katanas hier rum zu rennen. Was ist das? Ha. Schlechter. Hm, nein. Hm, muss tauschen. Dann das hier auch nicht. Das sind nicht... Komm mal auf. Den Helm hatten wir schon mal. Und das ist dieser, der so komisch rumleckt. Okay. Da. Der hat doch da eindeutig einen Katana hängen. Eindeutig. Ganz eindeutig. Ich kann keins looten. Oh. Schon dunkel. Und hier schon drin? Ja, ich glaub schon. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt weiß es wieder. Und hier hinten? Ist ja noch ein Eingang. Ja. 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 Oh, ja. Sieht doch ganz gut aus. So, relativ. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben diese komische asiatische Stadt hinter uns gebracht. Yay! Gut, speichern. Und jetzt schauen wir uns noch an, was hinter dieser Tür liegt. Hast du den überrollt? Ist vielleicht interessant. Nicht nur vielleicht, ist sogar hochinteressant. Und diese Schwerte hat gewonnen. Na? Reizende Gesellschaft. One hit, los! One hit! Das sieht doch nach was aus, ja. Das sieht doch nach was aus, ja. Also, ganz ehrlich? Erstmal Skillpunkte verteilen. Einen haben wir zu vergeben. Und das ist ja auch so. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin der, ich bin der dritte. Oh, ja. Ich bin der dritte. Ich bin der dritt. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Ich bin der dritte. Gut. Die Parameterpunkte. Und noch einen auf Leben. Sehr schön. Ach ne, was ich noch schauen wollte? Hier auf der Karte. Gorgama. Gut. Und das hier wird auch noch lustig. Ja, die Wüste Dracar. Die Quests hier oben können wir nicht alle vergessen. Okay. Wo sind die fest um Hadebrock? Da. Ja. Ja, liegt doch auf dem Weg. Gut. Aber das... gibt es in einer neuen Aufnahme, würde ich sagen. Seid dabei, wenn wir Gorgama überrennen und alles in Schutt und Asche legen und mit unserem Dämon durch die Gänge wandeln und mit unserem unglaublich geilen Schwert bis zum Erbrechen austeilen. Ja. Man kann gespannt bleiben. Bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Tag, macht's gut und bis dann. Tschüss.